Showdown in Dallas. Einmal mehr verwandelt sich die US-amerikanische Metropole in einen E-Sports-Hexenkessel. Auf der Dreamhack werden gleich zwei große Turniere ausgespielt. In Sachen Halo bekommen die Zuschauer das HCS Global Invitational präsentiert, während es in Sachen Counter-Strike mit der Intel Extreme Masters hoch hergeht. Natürlich bietet die Dreamhack auch viele andere spannende wie interessante Elemente, allem voran die für die Veranstaltung bekannte LAN-Party. Das Event selbst findet in diesem Jahr vom 2. bis 4. Juni im K. Bailey Hutchison Convention Center Dallas, Texas statt.